Ich bin gar nicht im Bild. Ja, dann komm doch mal mehr irgendwie her. Das ist aber dein Buch, wenn wir uns zu sehr offen nebeneinander. Findest du? Dann muss ich mehr aus dem Bild. So. Wo bist du näher? Bist du gut? Ja. Oh, Speckfalte. Da muss ich geschrien. Willst du nicht deine Jacke anziehen? Naja, T-Shirt. Ähm, der läuft noch. Oh. Ne, jetzt mach noch mal. Ohlaloo! Was ist hier mit dritter Bruch? Oh, was weiß. Toi, toi, toi. Lecker. Was hieß das? Lecker. Lecker nöken. Nöken in die Köken. Nöken in die Köken. Ohlaloo! Ohlaloo! Scheiße! Guck mal, ich hab voll aus dem Länderschen. Hast du dir gerade mehr Titel gemacht? Nein. Das ging gerade so gut. Nein, ich hab meine Haare weggeschoben. Also ich schieb mein Mops zur Seite oder was. Nein. Ach, nochmal. Fühlt euch nicht auf euren kleinen Imaginien-Schwänzchen mitreden. Muuu. Wir machen das heute mal so ein bisschen im Anne-Will-Style. Anne, falls du guckst, was geht. Kann das sein. Vielleicht ist sie auch gern mal in YouTube ein Abonnent. Was hat das? Und nennt sich Anne-Will-Style. Ähm. Ja. Heterophobie. Patruschka. Patrizia. Ähm. Wie würdest du das Wort hinrufen? Was ist für dich hinrufen? Was ist für dich hinrufen? Hahahaha. Hast du das gerade gesehen? Total ernst. Nee, so geht das auch nicht. Ich kann wieder... Noo. Das ist schon wieder stopp. Da ist ja... Ich nehm Tor 3. Zong- E совершенно! Hahplate foxxこれ! Pfff... Wo lernt man überhaupt Heterophobie kennenlernen? adi. Kenntenlernen. Heterophobie, Hallodun troru Heterophobie... Du lernen mnie Heterophobie kennenlernen. Ja, also, das ist falsch. Ja, ja, am besten so ein anti-lesbem Schlechelzicht, äh, schlechte Lesbe, boh, schweiß sie in deinem Herzen. Und dann so eine Fresse. Wie guter Lesbe. Und jetzt noch mal. 12, 12, 12, 12, 12. Soll ich die Fresse ziehen und du singst? Wir beide zusammen. Ach so. Okay, du hast ein Über-Biss und ich hab ihn über-Unter-Biss. Du hast ein Unter-Biss, nicht Unter-Biss. Nein, ich hab keine aufgespritzt. Wie geht das? Ich seh in dein Herz. Ich seh gute Lesben, schlechte Lesben. Ich fahre nach Emma. Ich hex. Ich schätze 5yg listen. ... ... ...